Wo sind die Haken? Äh, rechts. Nein, das ist der andere. Mach nix dummes, Julian, bitte. Mach nix dummes. Ah, ich hab ihn schon gesehen. Der war versteckt. Bleibt es doch auf der anderen Seite eh nicht, oder? Jetzt wird mal gesichert und danach... Du willst aufhören, oder wie? Jawoll. Das sollte die schönste sein an den ganzen Bergseiten. Und die machen als letzter, das ist wieder typisch für mich. Das ist echt super typisch. Genau so wie wir die schönsten Peilsteinsektoren alle sind. Und meiden. Okay, schleicht die. Die hängen raus. Das größte Problem ist doch die Kanten, oder ist der Haken die? Nö. Die Kanten sind ja zum Beispiel. Die Kanten werden dann schwer zu durchführen. Ja, das ist ja dann so schwer. Die Kanten sind unter der Kanten, oder der Kanten, oder der Kanten, oder der Kanten. Sie kennen das auch. Sie sind ein kleiner 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 als erinnert. Ja. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ja, ja. Ja! Herr Waldhop, willst du auch? Ja, will ich. Gib mir ein bisschen Seil. Zug nochmal.